so meine damen und herren herzlich willkommen in der metze power league one mit einem kracher austria gegen rapid ending mit rapid gegen austria mit einer wenigkeit ja bei rapid hat es ein zwei kleine änderungen gegeben aufgrund des nicht so berauschenden zweiten halbzeit ja liegt derzeit habe ich auf platz 8 die außen auf der vier die sich natürlich mit einem sieg hier in der tabellenspitze setzen können was heute zum beispiel in dem vorzug bekommen pavlovich im sturm steht aber oh shit also wo Ja und Rapid rückt wieder, aber das haben sie in Salzburg auch gemacht, die erste Halbzeit. Bitte. 15 Minuten gespickt. Obama. Ja, sechs Schüsse schon in den ersten 15 Minuten. Die Austria hat eine Niederlage im Cup einstecken müssen, sie hat natürlich sicher schwer getroffen. In der Liga noch ungeschlagen. War noch nicht gespielt, haha, Mensch jetzt. Oh. 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 Versuch, überraschend. Genau, bleib liegen, bleib klein liegen. Lass dich gleich abtransportieren. Na gescheißen, Leute. Entschuldigung. Entschuldigung. Verletzung. Beide Austria. Verletzten. Durch ihn, man verletzt. Den ich überhaupt nicht kenne. Oh. Oh. Und jetzt keiner mehr mit der da. Ja, das ist sehr gut. Spielt ihr denn mit? Ja. Oh, der war schon. Nein. Das hat er nicht geschossen, der Wappler. Das wäre die top Antwort noch gewesen vor der Pause. Doppelwechsel. Ja, einen hat man schon hinter sich, deswegen spart man noch ein bisschen auf. Schöne Rase. Genau. Okay. Orde. Jónsthaft. Oh, er da. Irrensthaft. Der war süß. Ich finde es cool, dass auf der Schlafe Block West oben steht. Das finde ich gut, das ist total eigentlich. Der war süß. 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 15 Minuten noch. Der wär auch rot. Ja, das ist vielleicht jetzt der erste Sieg für Rapid in dieser Saison und die erste Niederlage für die Austria. Ah, Gott sei Dank. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Ja, zahnlos die Austria heute. Hat sie das Cup mit Schmid genommen so sehr oder sind sie noch müde von der Heimfahrt aus Venedig. Oder generell, wenn es zwei Matches waren. Oder? Nein! Schön gemacht, Bloschkoski. Sehr schön. Puh! Oh! Ja! Ja, schön gemacht! Das stimmt. Eigentlich eine starke Austria-Defensive, aber die Offensive hat er ein bisschen geschwächelt heute. Ja, das stimmt. Auch die Männer dahinter, Holzby zum Beispiel, von denen man sonst immer was gesehen hat eigentlich. Und der Läufe Rapid am wichtiger Sieg nach dieser Niederlage gegen Salzburg. So, vielleicht sehen wir heute mal eine Zusammenfassung. Ja. Schaut gut aus. 14 Minuten Stubesberger. Da ist eh net die Hiten. Das war heiß einfach. Das erinnert mich an was erinnert sich noch, wie wir den WWE-Stream gehabt haben. Wo wir gesagt haben, einer macht den Heal, einer den Bösen quasi und einer den Guten, wo das im Chat so eskaliert ist. Hä? Weil ich irgendwas gesagt habe. Irgendwas habe ich gesagt, also weil ich ihn Bösen gemacht habe. Irgendeine Aussage gegen irgendeinen Wrestler von dir und da ist der Jet-U eskaliert bei dir. Kann mich gar nicht mehr sagen. Da sind ja einige gesperrt worden dann. Und wieder nicht. Ja. Ich glaube er geht nicht mehr so ab wie früher aber, gell? Ja. Schon wie. Nein, er macht mehr Drecksarbeit jetzt. Aber das ist viel mehr defensiver jetzt. Damit ist er nicht so vorne. Siehst du ja, aber manchmal hat er dann eine gute Aktion gehabt, dass wir da mal von hinten hervorgeraufen ist gleich. Ja. So kann er schießen. 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 Ja. Euch abgehört. Wurzeln. Ja. Trotzdem gutes Spiel, schönes Derby. Na gut. Ja. Macht das bitte dahin gut. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dahin haut rein. Ciao. Ciao. Baba.